ja hey willkommen mein name ist dann die europäische bildung zurück zu let's play star wars battlefront 2 letzten folge haben eine raumschlacht gemacht jetzt will man mal würde ich mal sagen machen wir irgendwas anderes 100 gegner besiegen ich muss mal gucken auf was ich mich am besten konzentrieren kann multi player mein steile ja soviel dazu und wer spielt als erste ein gegner besiegen darauf kann nicht lange warten was das hier ist nicht hier war das wollte ich suchen ja da gibt es noch mit der zeit aber mal schauen was man weiß noch mal dingen zeitlich begrenzt drei runden angriff spielen spielen okay aber angriff heute mal so lange was soll's machen wir einfach jetzt war haben wir ein bisschen karten ja aufgeballert ne so war unbesiegbar hier nun jetzt mal einfach an die noch weiter hoch ballern zu müssen zu können muss ich okay bank 20 ja und karten auf stu 25 alles klar er findet nichts normal allerdings hier eine tägliche mission also müssen wir eigentlich ja wollte schon sagen müssen wir eigentlich voll viele anspielen wegen der credits ich weiß gar nicht für bräuchten jetzt eigentlich noch credits ich meine credits braucht ja bisher nur um helden zu kaufen jetzt kann ich mir damit dings kaufen oder was sternkarten ne ich dauer mit herstellungszeilen kauf kaufen ja erstellen okay warum muss ich eigentlich dann keine ahnung wenn man mit dem credits ja wohl noch gut sein wunder geworden ausgezeichnet so muss ich betritt das schlachtfeld und mein gott sind wir irgendwie viel besser als die ich betritt hat schlachtfeld und der buchte ich meine habe ich für ja voll weiter auf sammeln das ist eine granate wie einfach eiskalt stehen geblieben sind das spielt auch schon wieder so am lenken ja wo ist das spiel am ruckeln ja gerade da hat spielst du am ruckeln gerade oh gott trotzdem hätte mir jetzt über die grafik also unterstellen irgendwie wird vielleicht ist allgemein vielleicht eine gute idee kann ich ja nicht doch schon qualität gehen das sind die schatten hallo ich war jetzt irgendwie grafik unterstellen bringt zwar nix irgendwie aufhört zu legen aber kann ja mal versuchen so muss ein match ablaufen hier soll wieder zu einem match haben wir auf die tägliche mission wird gut bitte sagt mir ich bleibe in diesem team wir haben die auf vollkommen zerstörte klaren mitglieder habe ich so gefühl phase 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 bla 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 gut ich habe ein ja nachmachen ein credits wann machen wir weiter das sollte man allgemein die grafik ein bisschen unterstellen vielleicht kann das ja der meshes ich würde auch ganz niedrig einstellen meiner meinung nach also ich würde nicht stören nochmals pixeln um weißgarten langsam aus dem bogen aus ich dachte ich war der erste erste kill match doch man erschreckt mich die so die nehmen wir irgendwie voll auseinander wert hat nein hier ist irgendwas wo bin ich hier wir waren gewinnen nein nicht auf mich das war noch eine opfer gibt es da nicht gemeinsam doch mal wie es zinn ist da der typ aussehe die frau wenn wir nicht hundertprozentig frau ok der frau vorhin hinten habe ich sagt von vorne nicht wir wissen dass er jetzt einen schock ja ja gehen dort auf ich konnte eigentlich aufnehmen schon gerade rein und ich hätte eine reingang bei ems weil das ist ein was ich gerade der träger hat das paket verloren von da vorne ist der dreck die kräse haha ja zum albring wird final ha 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 geschützt sich nach mann ich hätte dich beschützt wir sind so kurz davor die paar zentimeter kriegen wir auch noch die gleich wieder weg das ding ja ich habe ja nur 200 api merkt gerade immer mitten wie klasse jawohl ich nehme das sieg ist tot naja schön schön wirklich gut wenn man planfunktion ausgezeichnet er sagt ganze noch mal daraus eine teilung fahrgott so sehr weit diese offiziere eigentlich hier ist gar kein dieser kreis wir die ganze zeit noch beziehe hahaha verdammt hat sogar noch gut hallo war das spiel ist gerade so am längen sogar so werden die drei runden hinter uns das paket wurde von unseren truppen in besitz gebracht ja er spielt nicht so längen würde weil ich habe ich dann überlebt geh weiter geh weiter ja man kann kein ding spielen und ich bro sturm bros schon vergisst man nicht aufgenommen hat aber kein timer irgendwo wo ich nachgucken kann ja 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 siegesgranate schön sinkels 3700 punkte ausgezeichnet geht schneller als ich gedacht hätte heute der täglichen mission heim solo langsam hast du den bogen raus bei dem spiel gibt es auch keine prüfen wir arbeiten ein bisschen hier drauf darauf zu für neue waffen und so er war anscheinend schon die besten waffen aber man weiß an die beste waffe wird ja nicht unbedingt damit am besten finde ich irgendwie eine andere waffe irgendwie bekomme die ich besser klar kommen dann sagt er überhaupt nichts aus ja die super starken sind abgehauen ja noch zehn eliminierungen geile ja kann ich glaube da wird nichts mehr soll doch wieder zu lange her ist ja auch nichts passiert zum auskriegen gucken für was ich noch crates ausgeben kann aber kisten genau kisten ist ja schon wieder geld und eine geld dadurch für die ausgegeben hat mich ja gar kein gewinnen arbeit vor allem wie teuer das mit 1 oder 2 plakaten ein anderes objekt und herstellungszeile da sieht es aus bekommen einen angriff den muss ich noch spielen spielen tonig auf spiel 105 gegner ich keine auslöschung auslöschung 25 gehen mit verschiedenen störeffekten unterstützen darf man sich mal in arbeiten das wird glaube ich nie passieren 1 gegen 1 match gegen jemanden der schlechter ist als ich ein helden schiff der ellen seite erzielen ach so ja habe ich ja schon mit dem mit dem bobber fett kaschik jetzt noch wissen weil ich die aufnahme gestartet habe ich glaube die drei matches waren ganz schön kurz die beiden matches die waren gerade kurz wenn er jetzt ja auch kurz wird dann da müssen wir nicht gewinnen da ist erzählt ehrlich was zum entschuldigt mich mal kurz wenn deine fähigkeiten eine neue als ja allein und dort hier ausrüsten alle statt hier habe ich das nicht hochgeballert habe ich das nicht hochgelenkt bin ich irre sind da noch mutter purpose launcher nehmen wir mal ein nach hier sind war also das würde ich überhaupt nicht geschafft habe man wird genauso broken ist okay warum reden wir so aggressiv da war einer ist ich wir werden so angestarrt haben so ist nicht gut wenn so weit funktioniert und aus wie ein droide werden dreckiger droide da kommen ja gar nicht nein denn daneben geschossen naja ich wollte jetzt hier natürlich schon lila nehmen wir nach dem setzter landmann okay blüder der eine typ den ich als erst gerade erschossen auf der verstand da werde ich wieder in so eine position hergebrachte im offizier und platz hier bei dem einen dinge geschützt nein hallo da läuft ein neben vorbei ich werde natürlich wieder fokussiert ja komm lass mich mal hier was machen ja wenn ich mein ding dahin gestellt hat ne da ist einer hilft mir nicht tot oha warum und von der anderen seite mal weil ich mein geschuss natürlich wieder perfekt platziert hier platziert meine ich hinterher drinnen wird man ja mal eine granate da rein anschauen da wird nichts mehr doch haben gewonnen so die runde kommt bloß nicht hier rein sobald einer hier hinkommt eigentlich hier drinnen reingehende ich glaube die dinge spare ich mir gleich auf für die nächste runde mit jana immer noch haben und ich nicht ehrlich war es war meine granaten herfen mann ja schon gesagt fris da sondern warum schießen wir waren so zwei drei leute auf eine plattform irgendwie jemand anderen abgeknallt haben statt irgendwie hat eine dinge zu fokussieren da auch man er hat erschießen dann nein ich bin doch gerade ja wir müssen nur da egal wir müssen ja nicht gewinnen jetzt du dich gleich von der möhre irgendwo runter verlauf irgendwie bin ich irgendwie voll mehr ein spiel drin und sonst sonst werde ich nicht irgendwie so emotional emotional oder so crazy naja auch ein ding mit meinem blöden rakete mich ja nicht da sind schon ja am platzieren dann spielt über sich da du und ich die werden jetzt verwirrt sein was das war da sind zwei von denen wenn wir in die erledigen verloren wir können ja nur fünf leuten bisher verloren haben ja 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 nicht einfach gibt sorgen gut wieso 9 schon drinnen die haben noch keinen einzigen verloren zwischen der letzten runde jetzt haben sein alter dieser typ hier ist das verhandlung ich war immer noch richtig ausgeglichene mein gott ich habe mal gar nicht mehr leider typ noch mal einmal sicher geworden ich weiß nicht wie lange der part ist aber dass man das heute gut sein eigentlich freut aber für diesen part da war bestimmt eine ganz andere nebenwahl 4.000 punkt was so viel mal belohung abholen also kisten endlich kisten quell und dann ja weiß nicht aber im nächsten part irgendwas wird schon mal einfallen ja ich weiß habe ich schon kommen okay zehn gegner mit einer helden mit blaster besiegen kann ich das noch schaffen eine stunde habe ich noch zeit ist ja irgendwie hans oder so spielen dann hätten für schurken irgendwie ein paar mal welcher ledig ich glaube wir kaufen mal eine kiste normal truppler kann ich gar nicht die dreck geschäft gut dann weiß ich nicht mal bei diesem bad machen und ich werde schon mal einfall auf irgendeinen erfolg irgendwie hoch arbeiten damit ich wenigstens erfolg ein erlebnis habe und so ne und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder von netplay battle von star wars battle von zwei ich bleibe als ich versuche und sagt tschüss bis zur nächsten folge